klinkel hier ok 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 mittelfass wäre gut wow das konnte nicht funktionieren mittel ohje ja ist klar wo das ist ich dachte da oben sein secret und ich habe black screen fällt mir gerade erst jetzt auf sorry weil sie jetzt nichts gesehen hahaha lustig kleiner richtig lustig ja hier könnte es doch ein secret geben oh mein gott das war gleich falsch ich will wieder hoch hoppser ja hätte ich nicht gesehen ja komm unfairer geht es doch nicht und da konnte ich nicht springen aus keine ahnung welchen grund da unten ist auch schon kennig speichern dann haben wir die welt abgeschlossen so viel ich jetzt weiß muss nicht stimmen der reifen war fies ich bin mal gespannt wie lange das noch dauern wird jetzt hoppser hopp so jetzt renne ich durch jetzt habe ich keinen bock mehr so hoppser hopp hopp so 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 ist so hopp 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 hoppsa mist kurz vorm ende gestorben wartet hier gibt es wirklich nichts schade ich hätte mir denken können dass es hier etwas gibt aber hier gibt es definitiv was ok wartet hoppa wow Mist äh auch egal ich wollte sowieso testen ob es hier etwas gibt an der einen Stelle mit dem plapptrap so hopp nein fail wir haben eh 99 leben also hoppsa ich will das testen jetzt wie lange nehme ich denn schon auf 20 Minuten ist nicht viel weiter geht's so hoppa 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 verdammt ich muss es hier ablegen so viel steht fest es kann ja nicht explodieren ist das gute wie so ein dynamit vers hoppa 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 schon wieder ich hab kein bock mehr DU ich glaub das stimmt mir auch wirklich jeder zu dass ich keinen bock mehr hab ja komm springt genau wenn ich komme penner ja wir schalten extra lichtern damit wir sehen wie ich sterbe jetzt reicht es aber wenn es nun klappt mit donkey ich würde mich gibt es doch nicht auch egal ich kann verbrauche jetzt ja alle meine leben mir macht es nichts aus ich habe später noch zeit wieder welche zu holen ja okay ist mir jetzt mehr oder weniger egal okay aber hier will ich noch mal aktivieren hier ebenfalls bevor ich hier rüber springe penner so das hält jetzt extrem lange nein immer immer an dieser stelle an dieser gottverdammten stelle hier kommen ja hier ist nichts jetzt weiß ich es gut hat ja nur keine ahnung wie viel versuche gedauert auch egal donkey kong country ist ein schweres spiel da stimmt mir glaube ich jeder zu wenn man jetzt den nachfahre donkey kong country returns ansieht der ist ja gar nichts gegen dieses spiel hier das muss jeder zu geben returns ist was für babys ist glaube ich auch für babys gemacht worden also nicht so wie dieses spiel ach du bist doch aber auch einer ja sehr gut der affe springen wir in den tod wir haben keinen bock mehr ich verstehe es ja aber warum gleich selbstmord hier ja klar aber auch hundertprozentig ich habe mich gerollt ihr könnt doch jetzt gleich jemand anderen verarschen ich habe keinen bock mehr vor kaum gestärben hier kennst du so ich spiel zu schnell up up ob 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 spring rein so hop 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 pop hop 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 да gegeben Jetzt oder nie. Nein, es gibt hier nichts. Gut. Upsa, du versteckst dich nicht vor mir. Candy Speicher. Oh yeah. Upsa. Wie sieht's aus? 94 Prozent. Dann haben wir ja eigentlich 98 Prozent jetzt hier schon. Wow. Und hier muss man irgendwie unten hin. Ja. Ich wusste es. Ach, das schwerste Level im gesamten Spiel, glaube ich. Fail. Aber auch egal, wir haben einen Secret. Upsa. Hier. Hallo, Simon. Oh, 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 oh. Das war nicht so ausgemacht. Ja. Mhm. Ihr habt, glaube ich, alle gesehen, dass ich auf seine Mütze gesprungen bin. Nicht wahr? Ja. Ja. Äh. Das Level ist scheiße. Mein totaler Ernst. Ja, komm, ne. Der ist eigentlich schon vorhin unten runtergefallen. So. Kennst du? Ja. Aha. Sehr gut. Wow. Bist du wieder gut. Scheiß Affe. Hier. Hopsa! 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 Komm her! Hopsa! 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 Alter! Unfairer geht es nicht! Ich fahle schon am Anfang dieses verdammten Levels! An alle die es wissen wollen, ja Level wird noch schwerer! Hopsa! Das war's Skill! Und das ist der Beweis, dass es nun klappen wird! Wuhu! Ja! Ich verliere hier immer meinen ersten! Immer! Ja! Ähm! Gut! Mhm! Diese... Ah! Es regt mich auf! Game over gehen können wir nicht, wir haben gespeichert, also jo! Wie du willst spiel! Jetzt und hier unsere letzten Leben verbraten! Für die 101 Prozent! Das ist unsere Besch... Herr! ... ... ... Vielen Dank.